Das gesamte Team des Geverschen Wochenblattes wünscht allen Zuschauern und Lesern eine besinnliche Vorweihnachtszeit und viel Spaß auf dem Weihnachtsmarkt. Prost! Hier ist alles drin. Ja, ja. Jetzt gleich geht's auf die Eisbahn. Freust du dich schon? Ja, sehr. Wir kommen Internet! 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 Wie lange kannst du denn schon Schlittschuhe laufen? Also ich kann schon so sein. 5 Jahren? Sind Sie jedes Jahr auf der langen Einkaufsnacht? Also die letzten Jahre, ja, ne? Ja, ich auch. Ja, immer. Wir sind heute Abend hier auf dem Kirchplatz. Live-Musik, eine Veranstaltung, die sich immer gelohnt hat. Wir stehen nun hier auf dem Kirchplatz, wo den ganzen Abend die Band spielt. Die Band mit den Namen. The Good Old Boys aus Wilhelmshaven. Wunderbar, ich bin begeistert. Echt super, ganz, ganz fantastisch. Was machst du heute Abend hier auf dieser langen Einkaufsnacht? Ich helfe das Wochenblatt und dem Wochenblatt TV und, ja, moderiere ein bisschen. Ja, lange Einkaufsnacht heute in Jefa. Radio Yade hat gleichzeitig dritten Geburtstag, den wir natürlich auch ein bisschen gefeiert haben. Gehen wir mal zu meiner Kollegin, Katharina Gulaikow. Ich durfte zwischendurch eine Stunde schlafen. Ja, so nett sind wir. Benno, du warst auch kurzzeitig weg, aber du warst ja, was Radio Yade im Studio Jefa anbelangt, immer einer, der gesagt hat, hier würde ich gerne auch mein Wohnzimmer haben, oder? Also, tatsächlich ist es ja so gekommen, ne? Lena, du hast jetzt heute Jefa kennengelernt, das Studio in Jefa und für dich selber auch ganz spannend gewesen. Ja, das war echt ein schöner Tag. Jenny, du hast Jefa auch ein bisschen mehr kennengelernt. Das ist ein super schönes Örtchen und vor allen Dingen jetzt mit dem Weihnachtsmarkt und der Beleuchtung ist wunderbar. Na, dann kommen wir mal hin zur guten Seele, Tina, die auch eine eigene Sendung macht. Also, ich habe es, genau, von heute Vormittag bis spät und freue mich, dass ich Montag wiederkomme. Die lange Einkaufsnacht in Jefa zum zweiten Mal war eine schöne Geschichte. Radio Yade ist dritter Geburtstag ebenfalls und einfach machen wir jetzt so langsam mal Feierabend. Radio Yade ist dritter Geburtstag. Das war unser Rundgang über die lange Einkaufsnacht in Jefa. Die Volksmann, was wir hier präsentieren, heute Launchdown. Ja. Ja. Ja, das war's. Musik Ich bin Felix Drei-fachen Polka! 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 Das ist jedes Mal wieder ein Erlebnis. Man muss ja nicht jedes Jahr, aber jedes zweite Jahr, wenn wir das machen, ist das eigentlich ganz schön. Anschließend hier noch eben durch JIV und so weiter, hat man immer einen schönen gemütlichen Abend. Wir können uns noch eben ganz kurz vorstellen. Also ich bin Monika Peters. Ich leite mit Birgit Grube die Rebsolder Volkshandsgruppe. Und Hans-Wernhard Eckhoff ist ein ganz aktiver Tänzer. Wir von JIV aktiv freuen uns, dass der Weihnachtsmarkt zusammen mit der Eisbahn als aus Hummel so gut von den Gästen und Kunden der Stadt JIV angenommen wird. Die Kaufleute sind immer wieder bemüht, etwas Besonderes zu bieten und sehen auch den Erfolg, wie wir jetzt auch am letzten Sonntag gesehen haben. Die Stadt war voll. Ich wünsche allen ein frohes Weihnachtsfest! Freizeit福音樂 Freizeit福音樂 Untertitelung des ZDF, 2020